Und dann, ja, war Corona, da bin ich dann als Impfarzt dann erstmal jeden Tag in der Turnhalle. Ja, wo in Magdeburg oder wo? Nö, das war in Helmstedt. Okay, das ist in der Nähe da, oder? Genau, genau. Und da bin ich dann über Zufall drauf gekommen und dann bin ich jeden Tag impfen gegangen. Das ist natürlich ein hohler Job, sehr viel Kaffee trinken, sehr viel rauchen. Aber gute Bezahlung, gute Bezahlung, ja. Und tierisch nette Leute da auch gehabt. Das war so ein bisschen so wie Messe, so, ja, wo ganz viele Leute aus irgendwelchen Berufen das so Nebenjob mäßig machen, genau wie ich. Und ja, ich war ja gerade dann frisch arbeitslos, aber tierisch glücklich mit diesem Ballast, den man da nicht mehr hat und der neuen Perspektive, sodass mir das überhaupt nichts ausgemacht hat. Also habe ich da ein halbes Jahr im Impfzentrum in Helmstedt da herumgemacht und konnte nebenbei halt auch weiterhin da die Praxis planen. Das war einfach ideal. Das war einfach ideal. Und so hat man es ein bisschen auch finanziell überbrücken können. Du hast ja dann keine Einnahmen mehr. Offiziell bist du arbeitslos, in Anführungsstrichen? Genau, genau. Kriegst aber kein Arbeitslosengeld. Kriegst du ja nicht, wenn du die letzten zehn Jahre nicht eingezahlt hast in die Versicherung. Dann kriegst du ja kein Arbeitslosengeld. Du bist zwar arbeitslos gemeldet, aber du kriegst keinen Cent. Klar, du kannst das Glück haben, wenn du da ein Konto voll hast, aber das war jetzt bei mir nicht so. So bin ich dann jeden Tag dahin. Schöne Zeit. Schöne Zeit.